Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Regie Thomas Leutzbach Regie Thomas Leutzbach Regie Thomas Leutzbach Regie Thomas Leutzbach Gerade ist aber ganz schlecht, leider. Ja, das ist doof. Die Sache ist nämlich die also folgendes. Das wirst du mir jetzt bestimmt nicht glauben, aber ich war gerade dabei, mich abzulegen. Ich bin irgendwie krank. Ich hab mir irgendwas eingefangen. Das geht ja so schnell, weißt du. Nee, ernsthaft. Ich weiß ja auch, warum du da bist. Und das läuft alles, wirklich. Lass uns doch morgen in aller Ruhe zusammen frühstücken gehen. Ich kenne ein schönes neues Café ganz in der Nähe. Und da können wir... Oh, öffne die Tür. Ne? Du zähl. Fuck. Hey, ähm. Okay, aber nur auf ein kleines Tässchen Kaffee, ja? Ja, komm, geh mal rein in die gute Stuhl. Alter. Ich muss wirklich zur Physio. Miles. Schön. Wobei ich diese Phase als etwas zu ruckistisch empfinde. Der etwas minimalistischere Ansatz gefällt mir besser. Da war er mehr bei sich. Naja. Zur Sache. Rot. Was machst du denn? Lässt mich da wie einen Idioten vor der Tür rumstehen. Das ist doch erbärmlich. Wie sieht das denn aus? Du, das war doch nicht böse gemeint. Ich, also, echt nicht. Ich muss, muss nur gerade ein bisschen aufpassen, wegen... Weißt du, ich hab... Ich hab Husten. Und ich darf keinen gerade auf keinen Fall irgendwie... Gut. Tut mir leid. Ich hab extreme Kopfschmerzen gerade. Kürzen wir das also ab. Das Geld. Ja, klar. Das Geld, natürlich. Aber du musst mir doch deswegen nicht... Rot. Das Geld. Die zehn Tage sind um. Du wusstest, was passiert. Ich verstehe das nicht. Du kennst das alles. Du weißt, wie das Spiel läuft. Und trotzdem bringst du mich in diese sehr unangenehme Situation. Ja, das tut mir auch sehr leid. Unterbrich mich nicht. Ja. Entschuldige, natürlich. Also, jetzt ist es wieder soweit. Und du fragst dich, wie konnte es nur soweit kommen, als ob es da eine Variation gäbe. Als ob die Situation sich auch anders lösen könnte. Aber das tut sie nicht. Nie. Faszinierend, oder? Naja, also... Das war ja rhetorisch. Das scheint so ein urmenschlicher Impuls zu sein. Immer hoffen, dass es doch noch gut ausgeht alles. Gegen jede Wahrscheinlichkeit hoffen. Faszinierend. Du plädierst eher für konstruktive Hoffnungslosigkeit, oder? Au! Nein! Fisse! Gut. Wie auch immer. Das Geld. Jetzt. Ja, das Geld. Ich hab das Geld. Also... Ach! Also nicht hier, aber... Nicht alles. Aber ich könnte dich da hinbringen und... Das ist enttäuschend, Ruff. Sehr enttäuschend. Nein! Hey! Hey! Hey, bitte nicht, okay? Mein Rücken! Ja! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Hey! Eskalation! Darum geht es hier, Rott! Eskalation! Dringlichkeit! Ich besorg das Geld! Wirklich! Ich schwöre! Von Ivo! Ich krieg das Scheißgeld! Ja! Aber... Du musst doch nicht... Ah! Hey! Ah! 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 Tja, so ging die ganze Geschichte los. Bei mir in der Wohnung. Beim Spülen. Sege ist ein eher unsubtiler Typ. Seinen Spitzname spricht er für sich. Also originell ist auch anders. Ist ein netter Kerl im Grunde. Etwas unlocker manchmal. Fast schon verspannt. Über dieses Gimmick mit der Säge konnte ich früher immer lachen. Weil es so absurd ist. Gut, aber... Das Ding dann vorm Gesicht... Eventuell hat das meine Einstellung ein bisschen geändert. Naja, mir ist auf jeden Fall klar, ich komme also so schnell nicht an das ganze Geld, das ich Säge bzw. seinem Chef schulde. Lange Geschichte ist das. Egal. Auf jeden Fall... Ivo. Ist ein alter Kumpel. Der wird mir helfen. Der muss mir helfen. Denke ich. Der ist schon lange Kunde von mir. Ich mache mich also auf nach Betaville. Der Pseudobonze lebt da wirklich. Fuck, das werden wir immer mehr. Eine Meldung für die B55. Aufgrund der akuten Gefahr terroristischer Übergriffe wurden die Kontrollpunkte zu ihrer Sicherheit verdoppelt. Es kommt zu längeren Staus. Weiterhin gute Fahrt. Klar. Die Straße wird gesperrt. Bitte setzen Sie bei der nächsten Ausfahrt. Die Straße wird gesperrt. Bitte setzen Sie bei der nächsten Ausfahrt. Von Wege. Ach, das ist gut. Mach schon. Öffnen Sie das Fenster bitte. Schönen guten Abend. Ja. Bitte nehmen Sie die nächste Ausfahrt. Die Straße ist momentan vollständig gesperrt. Und was ist denn los? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt den Verdacht auf Pläne eines terroristischen Anschlags. Auf eine Bundesstraße? Nein, nicht auf eine Bundesstraße. Ich kann Ihnen da wirklich nicht mehr zu sagen. Ich habe einen Termin in Betterville. Bei Herrn Ibitsch. Er erwartet mich. Und ich bin jetzt schon zu spät. Ich kann da jetzt leider keine Ausnahme machen. Auch nicht für den Herrn Botschafter. Bitte wenden Sie jetzt. Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihre Dienstnummer geben? Ich bin sicher, Herr Ibitsch wird dann im Nachhinein noch ein paar Fragen haben, wenn seine Frau die Medikamente nicht bekommt. Medikamente? Ja, ich bin Kurier und versorge die Familie Ibitsch mit Medikamenten. Mach hin, du hältst den ganzen Verkehr auf. Zeigen Sie mir noch Ihre Identifikation. Die muss eher an Ihrem Wagen angebracht sein. Sichtbar, das wissen Sie. Reicht das? Okay, fahren Sie, Mann. Los, los. Danke. Easy going. Ja, so einfach geht es. Selbst im Ausnahmezustand, der ja jeden Tag herrscht. Der Name Ibitsch hat immer noch einen besonderen Klang. Dabei ist der Herr Botschafter schon seit Jahren nicht mehr im Lande. Der weilt mit seiner Frau Gemahlin irgendwo in Afrika. Oder Südamerika, weiß nicht. Und Ibo wohnt mittlerweile in dem großen Haus ganz alleine. Ich beliefe ihn schon seit ein paar Monaten mit der Medikamenten. Das ist echt praktisch mit der Notdienst-ID. Man kann sich die ganzen Checks sparen, wenn man Glück hat. Keine Ahnung, wo er ja, wo die hat. Seitdem Betterville so komplett abgeriegelt ist, wird es aber auch immer nerviger. Da kommt keiner mehr rein, aber auch keiner mehr raus. Eine Stadt in der Stadt, von wegen Gated Community, das ist eine Blase, die sich anfühlt wie so ein Luxusgefängnis. Naja, wer es braucht, wenn man erstmal drin ist, ist man drin. Also fahre ich hinein in diese Welt aus Stachelgrad, Suchscheinwerfern und herumpatrouillierenden Kötern, die von aufgepumpten paramilitärischen Sicherheitsleuten nur gerade so in Schach gehalten werden. So der Typus Sonnenbrille, auch nachts. Ach so, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Das Haus von Ibo liegt direkt neben dem Betterville Krankenhaus. So was kann ja auch praktisch sein. Herrschaften, einfach so aufbassern, also wir hier alles rein spazieren können, Schach. Sorry. Hey, also dieses Lichtkonzept ist nicht ganz ausgeheilt, finde ich. Ach, man sieht da gar nichts. Sorry, Kollege. Aber sich so direkt vor die Haustür zu legen, ist auch nicht ganz so clever. Leg deine Hand einfach ein bisschen auf Eis, ja? Und ansonsten ist ja da drüben auch direkt das Krankenhaus. Naja, komm, vergiss es. Das ist eine Scheißidee. Hey, ähm, hör mal, nur ganz kurz. Wo ist ein Ibo? Ja, ich hab einen Termin mit ihm. FaceTime. Na, keine Ahnung. Irgendwo da hinten. Lass mich nur in Ruhe hier. Okay, lass mich gut. Alles klar. Hey, Ibo? Ibo? Hallo? Ibo? Sag mal, was soll denn das Gebrille hier? Wer bist du? Was willst du? Wie bist denn du hier reingekommen? Wow, bei dir klingt ja jede Frage wie ein Schießbefehl. So antworten, Klugscheißer. Ich bin rot. Ich versorge Ibo schon seit Menschengedenken mit dem, was ihr ja alle gerade konsumiert. Und deshalb bin ich jetzt hier und muss ihn sehen. Und das wirklich dringend. Ah. Also fürs Protokoll. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich werde es Ibo aber ausrichten. Okay? Auf Wiedersehen. Glaubst du, ich bin V-Mann oder was? Ey, das hier ist juristisch gesehen. Nee, noch nicht mal bundesdeutsches Terrain. Nichts wäre verwendbar vor Gericht. Ein Drogendealer mit Staatsexamen. Bravo, toll. Also komm, komm mit. Na, geht doch. Ah, und by the way, Drogendelikte werden mittlerweile vor den Schnellgerichten verhandelt. Also, da gibt es nicht mal eine Verhandlung. Und weil du kein Bewohner von Betaville bist, gilt dieser außerstaatliche Sonderstatus eh nicht für dich. Solltest du in deinem Metier eigentlich wissen, ne? Können wir mal hier reingucken? Ja, Ibo? Ibo? Wo hier vorne links ging? Ibo, du hast Besuch. Ibo, ich bin's. Rot. Ah, warte mal, warte mal. Ibo? Vielleicht ist es ja drüben. Gibt's ja nicht. Ibo? Okay, noch hochgucken gehen. Gut. Ibo? Vielleicht pennt er auch. Komisch. Ibo? Nein, 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 alles falsch. Es geht hier um strukturellen Klassismus. Diese Segregation ist einfach unerträglich. Und... Ach, wie süß. Klassenbewusstsein. Das führt am Kern vorbei. Die Überwachungssituation. Moment, wir diskutieren hier gerade innerhalb von Betaville über Segregation. Ist dir das klar? Moment, das ist kein Argument. Wir alle hier sind Teil der abgeschotteten, bevorzugten Klasse. Aber das heißt nicht. Doch, das heißt es. Du kannst dich in deiner Gated Community aufwachsen und dann selbstgefällig gegen das Prinzip der Gated Community anfangen. Mann, du hast nicht mal die Begriffe für dich sortiert. Gated Community ist ein systemisch verschleierender Euphemismus. Und eine Begriffsfixierung. Schön, Gated Communities ist verharmlosen. Und einigen wir uns doch auf... Wohlstands-Ghetto? Nein! Parallel-Irrsinn. Äh... Warum so herablassend? Das ist eine wichtige Perspektive, die wir unbedingt... Lava, wer ist das? Ja, also das ist... Rodrigo. Rod. Rodrigo, Rod, Roddy, whatever. Auf jeden Fall sucht er Ivo. Was willst du von Ivo? Naja, das ist schon eher privat und das würde ich auch gerne so belassen. Ey, hier ist nichts mehr privat. Beziehungsweise auch das Private ist nämlich... Ja, 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 ist gut, ist gut. Also, es geht um eine Transaktion, deren finanzielle Seite Ivo Leide nicht eingehalten hat und das würde ich jetzt gerne ändern. Lava, wo hast du den Menschen her? Wie kommt der hier rein? Das ist echt heikel, das ist doch klar, oder? Ja, die nennen das gerne konspirativ, wenn ein paar Leute laut denken. Und was das bedeutet... Hey, hey, alle mal durchatmen, okay? Ich bin Drogendealer, sagen wir, wie es ist. Wir sitzen ja im gleichen Boot. Und euer konspiratives Gequatsche interessiert niemanden. Das ist systemstabilisierend letztendlich. Außerdem, worüber beschwert ihr euch? Worüber wir uns beschweren? Du arroganter Arsch, ja? Hast du schon mal versucht, über die Mauer zu kommen? Von außen? Um nach Betaville reinzukommen? Nein, wieso sollte ich? Es gibt aber Menschen, die das versuchen, weil sie hier ihre letzte Chance sehen. Ich hab gesehen, wie zwei Jungs das versucht haben, nachts. Damals wusste noch keiner, wie das hier überhaupt läuft. Die hatten so eine Art Strickleiter, die sie über die Mauer geworfen haben, drüben, neben der Kirche. Der eine hat sich hochgezogen und saß oben auf der Mauer und hat seine Hand runtergereicht für den anderen Jungen. Der war kleiner, der kam nicht ans Ende der Strickleiter. Und plötzlich geht das Flutlicht an und du hörst, wie eine Gruppe Wärter lautlos in die Nacht rennt. Und du hörst Schreie, die Wärter und den Jungen auf der Mauer und den Jungen unten. Und plötzlich gibt's einen Schuss. Und gleichzeitig geht das Licht aus. Und ich sehe, wie der Junge oben auf der Mauer fällt, nach Betaville hineinfällt und der Junge auf der anderen Seite schreit und schreit und dann ist es plötzlich ganz still. Ganz still. Und ich sehe nur noch, wie diese Wärter lautlos wieder verschwinden. Und beide Jungen sind weg. Einfach weg. So. Und jetzt sagst du mir, dass das hier Gequatsche ist. Von der Geschichte habe ich nie was gehört. Tja. Ja. Kein Wunder. Da stand die Mauer ja auch gerade erst. Da gab's noch gar keine Richtlinien. Und um euch alle jetzt ein bisschen zu beruhigen, sagen wir einfach, wie es ist. So einen ahnungslosen Spinner wie den hier, den würden Sie nun auch wieder nicht als V-Mann einsetzen. Hey. Ja. Komm. Schon gut. Lass das abkürzen. Wo ist Ivo? Der ist auf dem Dach. Das ist doch diese Schachfixierung momentan. Die muss ja ausgerechnet da ausleben. Okay. Also, komm. Es geht da lang. Einfach die Stufen hoch. Genug Babysitting jetzt. Bis denn. Bis denn. Geht doch. Danke. Wer zur Hölle sitzt nachts im Dunkeln auf einem Dach und spielt mit sich selber Schach? Sehr guter Einwand. Sehr gute Frage. Aber ihr kennt Ivo nicht. Der ist nicht der Typ hilfloser Krüppel, im Rollstuhl, der sich rumgucken lässt. Der will alles machen, was alle anderen auch machen. Und noch viel mehr. Eben auch so ein Irrsinn. Scheiße, ist das dunkel. Schach mit Nachtsichtgerät oder was? Ivo? Ivo, ich bin's. Rod? Was hast du denn da für Leute im Haus? Mit Weltrevolution und so. Ja, ist ja euer Ding. Aber mir geht's um was anderes. Ivo. Ivo. Hey. Hey, Ivo. Wo bist du? Was ist hier los? Ich seh nichts. Ivo. Ivo. Fuck. Scheiße. Ich hatte echt Glück, dass ich nicht über seinen Rollstuhl gefallen bin und direkt hinter ihm her. Und das Irre war, ich konnte den Swimmingpool von da oben total gut sehen, weil er von innen beleuchtet war. Aber Ivo war nicht drin, wo soll er denn sonst hingefallen sein? Wo soll er denn sonst hingefallen sein? Ich muss mich überlegen. Ich muss überlegen. Ich muss überlegen. Ivo, scheiße, wo bist du? Ivo! Ivo! Du bist so irre! Was reißt denn hier rum? Was soll... Oh mein Gott! Was soll das werden hier? Night Swimming oder wie? Ivo, ich... Ich finde hier nicht... Der ist... vom Dach aus hier reingefallen. Achso. Ist vom Dach runtergefallen, ja? Aber wovon redest du? Schlechter Trip? Solltest nicht gerade du bei Drogen... Ich bin nüchtern. Aber ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen oder... Ja. Gehört. Ja, ist gut. Jetzt komm mal aus dem Wasser. Sonst haben wir bei deinem Geschrei gleich das Einsatzkommando auf dem Hals. Und Ivo sitzt wahrscheinlich oben auf dem Dach und klatscht sich grad selber ab für die Nummer. Oh, fuck! Oh, scheiße! Jetzt wie auf Stichwort. Komm, jetzt raus! Komm, raus da! Hau ab! Wo soll ich denn jetzt hin? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich... Komm, 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 komm. Gib mir deinen Schlüssel. Was? Du musst raus, was Peter will. Hallo, jetzt! Ja. Du, wenn die dich jetzt kontrollieren, dann kommst du nie mehr raus aus dem Bau. Okay. Hier. Danke. Geh doch. Komm. Ey, ey komm, Mann, jetzt zieh die Decke richtig drüber. Deine dämlichen Füße gucken raus. Oh, mach! Oh, shit! Was ist los? Ja, 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 ja. Äh, äh, du, äh, pass auf. Wir kommen hier nicht raus. Das ist alles abgesperrt. Das sehe ich von hier. Scheiße. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, warte. Na, fahr im Krankenhaus vorbei oder hinter rechts. Da geht's zur Kirche. Ja, du, sorry. Beten wird eventuell nix bringen in der Situation. Kirchenasyl, du Idiot. Da trauen die sich nicht ran. Idiotin! Ja, du, die wird halt nicht sein. Hey, mach mal Musik aus, klugscheißer Rennen. Hallo? Ach, Segel. Ja, klasse, dass du dich meldest. So, das mit dem Geld, das läuft. Ja, kein Problem. Nee, 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 ganz ehrlich. Ja, ich hol das gerade von einem Geschäftspartner. Ich bin in Bettaville. Ach, du kennst den. Aber wieso? Okay, Ivo, ja, genau. Was, wieso willst du das wissen? Im Auto halt. Ja, in meinem eigenen. Irgendwo in Bettaville. Ja, da, ganz in der Nähe. Woher hast du denn überhaupt diese Nummer? Na? Wo hast du mit Papa telefoniert, damit er dich hier mit dem Heli raus erlüften kann? Ha, was ist los? Hey, ich kenn dich. Rodrigo. Ivo hat mir von dir erzählt. Dein Vater ist Stadtanwalde. Ist das nicht sogar der, der sich jahrelang für diesen verfassungsfeindlichen Scheiß eingesetzt hat? Die Schnellgerichte? Und jetzt scheinbar damit durchkommt? Notstandsgesetze am Arsch. Ich bin Geschäftsmann, kein Politiker. Und für meinen Vater kann ich nichts. Weißt du mal, ist dir klar, dass wir jetzt quasi im Bürgerkrieg leben? Komm mir nicht mit Geschäftsmann. Du bist ein mieser Drogendealer. Du bist echt Teil des Problems. Da. Wieso? Ist das fertig mit deiner Vorlesung? Willst du nicht noch vielleicht ein paar französische Soziologen einflechten oder ein paar Bibelstellen zitieren? Wieso zur Hölle packst du so weit weg? Man kann nie wissen. Ziemlich lässig, wie ich da den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ja. Das hat so auf Lava gewirkt, da war lange Sendepause, nachdem ich ihr die Idee mit dem Kirchenasyl um die Ohren gehauen habe. Kirchenasyl, es ist der Joker. Den haben in den letzten Jahren immer mehr Flüchtlinge gezogen. Besonders seitdem die Grenzzäune und Selbstschussanlagen stehen. Der Pfarrer kommt. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? In einer Viertelstunde beginnt die Messe. Sehr geehrter Herr Pfarrer, hiermit möchte ich offiziell Kirchenasyl beantragen bei Ihnen. Moment, wie meinen Sie das? Sie sind Flüchtlinge? Sie sind hier in einer geschlossenen Wohnanlage. Wie sind Sie hier reingekommen? Oh, wir sind wohl unerwünscht. Wir, die Flüchtlinge, weil Sie hier in Ihrer Parallelwelt gestört werden, ja? Naja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, wir sind keine Flüchtlinge, wir sind nur... Auf der Flucht, Herrgott, wir lassen uns von dieser Zuschreibung von außen nicht bestimmen. Wir sind mehr als das. Schön, schön. Also wie läuft das jetzt? Das ist meine erste Station, ich bin mir nicht sicher, ob ich... Wir sind jetzt unantastbar, okay? Für jeden und alle jenseits der großen Tür da. Ja, es geht nur darum, wir wollen ein paar Stunden hierbleiben. Morgen früh sind wir dann wieder raus. Das klingt nach Ärger. Das kann ich nicht brauchen. Die Mittel sind hier eh knapp. Okay, kommt mit. Ihr könnt euch im Zimmer der Haushälterin ein bisschen hinlegen. Ja, die wurde mir eh schon weggekürzt. Kommt mit. Vorsicht, Stufe. Danke. Keine angenehme Nacht. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Lava will mich ständig in eine Grundsatzdiskussion reinziehen über Güterverteilung, über Grenzen und noch schlimmer, über Alternativen in der Zukunft. Als ob es die noch gäbe, also die Alternativen oder die Zukunft. Die Zukunft ist morgen, dahinter ist nichts. Erst dann ist heute gestern. Und erst dann ist übermorgen Zukunft. Vorher nicht. Mit Schlafen ist also nix. Und deshalb geht es auch letztlich um Humanismus. Das ist total basic alles. Aber solange Leute wie du... Was heißt denn Leute wie ich? Du bist genauso Teil des Systems. Ich sorge nur für angenehme Ablenkung. Warte, ich... Sammeln ruhig. Nein, ich sage Ihnen nicht, ob hier jemand ist. Mich interessiert auch Ihr martialisches Auftreten nicht. Dies ist ein Ort des Friedens. Oder um es in Ihren Worten auszudrücken, Ihre Befugnisse enden genau an dieser Tür. Ihre Karte habe ich ja jetzt. Wenn hier jemand auftaucht, melde ich mich. Ich wünsche eine gute Nacht. Das war das letzte Mal. Das absolut letzte Mal, dass ich mich... Herr Pfarrer? Also, wir müssen uns wirklich bei Ihnen bedanken, weil... Ich will jetzt wirklich keine Rechtfertigungen hören. Ich stehe ab jetzt auf der Liste. Und bei der kleinsten Kleinigkeit werden die mir hier den Laden dicht machen. Und ich will erst recht nicht wissen, was ihr garantiert alles nicht gemacht habt. Ja, wirklich nicht. Wegen Leuten wie euch. Sägen die schon am Kirchenasyl. Ist euch das klar? Das ist verdammt zynisch, das auszunutzen. Also, pack doch ein Kram. Aber... Ich stehe nicht dieses Leute wie ich. Scheiße. Die observieren bestimmt jetzt den Eingang. Ich komme hier nie mehr raus. So, halt mal die Schnauze, ja? Sei froh, dass ich den Wagen weiter weggeparkt habe. Ich weiß, was wir jetzt machen. Ich bin ja nur ein einfacher Mann. Und was? Ich zahle meine Steuern. Ich lasse mir nichts anmerken und ich tue mich. Ja, nichts. Und im Gegenzug will ich in Ruhe meine Geschäfte machen. Vorsicht jetzt. Aus meiner Sicht ist dieser Vertrag zu diesem Zeitpunkt aufgekündigt. Vom Staat. Einfach mal die Klappen halten jetzt, ja? Ich bin unschuldig. Steh doch da um... Ja, ich weiß. Und es ist klar, dass ich aus der Nummer nicht mehr rauskomme, wenn ich jetzt nicht selber alles in die Hand nehme. Wir also raus aus der Kirche. Es ist ja Gott sei Dank immer noch dunkel. Nebenan zum Krankenhaus. Da steht ein Rettungswagen. Schlüssel steckt ja immer bei den Dingern. Lava tritt aufs Gas. Ich verstecke mich hinten. Wir rasen voll auf den Checkpoint zu. Hey. Hä? Kann ich dich mal was fragen? Ja. Wo ist Ivo? Oh Mann, das ist jetzt echt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss aber beweisen, dass er noch lebt. Du, und wieso suchen die Bullen dich dann noch, wenn Ivo lebt? Mann, aber ich brauche das Geld. Und wenn die Bullen mich nicht schnappen, dann kriegt mich Säge. Dann gehe ich lieber gleich in den Knast. Und wieso haben die Bullen mich überhaupt so schnell... Wieso sind die so schnell auf mich gekommen, hä? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass jemand in Ivos Haus ziemlich schnell eingeknickt ist. Warst ja nicht gerade unauffällig da. Du warst der Outsider, der Ivo gesucht hat. Und jetzt eine Sekunde die Klappe, ja? Wir müssen an Ivos Haus vorbei. Oh, fuck! Was ist das? Jetzt halten die uns auch noch an. Mach mal das Ding zu. Danke. Hier ist ja wieder was los. Wenn Sie mich bitte... Steigen Sie aus dem Fahrzeug, bitte. ...schnell durchlassen können. Ich habe einen Einsatz. Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Hören Sie, ich muss meinen Patienten in die Uniklinik bringen. Es geht hier um Minuten. Unsere Zweigstelle in Betaville, die ist dafür nicht ausgerufen. Okay, ich sage das nicht nochmal. Steigen Sie aus dem Fahrzeug und öffnen Sie die Hecktür. Die... okay, okay. Ich steige aus, ich steige aus, ich steige aus. Ruhig, ganz ruhig. Ausweich, Papiere. Natürlich. Worum geht es denn hier? Ein Bewohner ist tot und der Verdächtige ist noch in Betaville. Sie werden also verstehen, das hat Priorität. Die Terrorwarnung ist wirklich sehr akut. Ja, oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber hören Sie, ich muss jetzt wirklich weiter. Mein Patient kratzt mir sonst ab. Klären Sie das doch bitte mit meiner Einsatzzentrale. Ja, 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 aber jetzt lassen Sie mich einen Blick hinten reinwerfen. Vorstell. In dem Moment, als der Polizist die Türen aufreißt, sitze ich einfach nur in der Ecke und starre ihn an. Er guckt mir in die Augen und sagt gar nichts. Dann dreht er sich wieder um und knallt die Tür zu. Und ich sitze da und zittere. Fahren Sie, fahren Sie. Ja, ja, genau. Und machen Sie doch Ihre scheiß Sirene an, Witz, wo haben Sie das denn? Ich sage am Checkpoint Bescheid, dass Sie direkt durch können. Echt, ich zitterte. Weil jetzt weiß ich, was Säger hauptberuflich macht. Respekt, mehr sage ich nicht. Respekt. Ja, ja, schon gut. Das war Glück. Äh, was sind wir da? Hm? Nein, 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 ich höre dich aufzurücken. Ja, klar. Ja. Sag mal, äh, auch Bock auf einen Kaffee? Tu mir ein bisschen was zu trinken, ja? Bis gleich. Ja. Gut. In diesem Moment bin ich das erste Mal seit Stunden allein. Zeit nachzudenken. Ich sehe durch die Scheibe, sie telefoniert schon wieder und guckt sich zu mir um. Sie verschwindet in der Tankstelle. Folgende Gedanken habe ich. Mit wem telefoniert sie da eigentlich ständig? Und warum hilft sie mir überhaupt? Was ist auf dem Dach passiert? Wo ist Ivo? Er war doch nicht im Pool, obwohl ich das Platschen gehört habe. Oder war das was anderes und er lag zwischen den Büschen? Aber dann müsste Lava ihn doch gesehen haben. Okay, und dann, dann kommt da ja schon die Sirenen und dann nur noch Panik und reagieren. Und gut. Aber wieso arbeitet Säge für die Polizei? Und wieso hat er mich entkommen lassen? Gut. Er will das Geld. Und erst wenn er es hat, dann lässt er mich im Knast verrott. Denk nach. Denk nach. Ich geh schon um. Ich komm sie zurück. Ich muss weg. Entschuldigung. Ich geh schon zurück. Ich geh schon zurück. Gott, du hier? Isa. Na ja, gut, dass du dabei bist. Wir brauchen jeden Mann. Ja, na klar. Eigentlich ist das nicht so mein Ding mit diesen Retro-Demos. Retro? Alter, das ist die letzte Form von Widerstand. Ich kriege immer nur abdichten. Hilft ja auch nicht weiter. Mir schon. Außerdem ist es das, was die Leute noch machen. Und ich verdiene mein Geld halt so. Zwei Fliegen, eine Klappe, du weißt schon. Weißt du, dass die meinen Bruder dran gekriegt haben? Er wollte nach Peter Welle vor ein paar Monaten. Seitdem ist er verschwunden. Ich hab so Schiss. Das mit der Leiter, mit dem Kumpel. Ich hab von der Geschichte gehört. Ach, das ist dein Bruder. Shit. Na ja, der wird jetzt eben verhört. Das ist doch ganz normal so. Monatelang verhört? Ja. Wo lebst du denn? Ich versuche seit Monaten von den Behörden Antwort zu kriegen. Nix. Du hörst echt gut reden in deiner Komfortzone mit deinem Papa. Dir kann ja nichts passieren. Ja, von wegen. Lisa, du bist gleich dran. Kommst du? Ach Gott, okay. Der feine Herr mal beim Pögel, wa? Ey, hör mal auf mit feiner Herr. Mein Leben ist grad total im Arsch. Ach so Scheiße. Guck dir mal an, was ich hier gerade als Videopush bekommen hab. Hä? Hochgefährlich. Er ist bewaffnet und, ich wiederhole, hochgefährlich. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger verstärkt, die Augen offen zu halten und nach diesem Mann Ausschau zu halten. Rufen Sie die unten eingeblendete Nummer an bei Sichtkontakt. Unter gar keinen Umständen. Ach du Scheiße. Wo haben die denn das Foto ausgegraben? Siehst du ja aus wie der Tod? Wahnsinnig lustig. Hey, und dann tauchst du hier auf? Du bist ein gesuchter Krimineller und tauchst bei unserer Demo auf? Wenn wir dich hier finden, dann landen wir alle im Knast. Wegen Unterstützung. Ach, was weiß ich, wie das heißt. Hau sofort ab. Hey Mann, das ist doch Quatsch. Ich hab nichts gemacht. Das ist eine Falle. Hör doch nicht auf diese Scheiße rein. Diese Demonstration ist nicht genehmigt. Was auch immer ihr vorhabt, lasst es sein. Schüttt alle nach Hause, aber sofort. Alle macht den Volk! Alle macht den Volk! Alle macht den Volk! Alle macht den Volk! Wir lassen uns hier nicht vertreiben. Das ist unser Recht. Lisa, willst du was mitkommen? Deine Rede. Zeige dich. Geh. Gott, hau jetzt endlich ab. Genossinnen und Genossen. Wir sind heute hier, um mit Macht unsere Meinung zu sagen. Wir lassen uns nicht vertreiben. Das ist an der Tat, dass unsere Stimme herrlich gehört wird. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wenn du da angekommen sein solltest, es hätte sich irgendetwas an unserer gemeinsamen Ausgangslage geändert, möchte ich dir versichern. Unser Deal gilt nach wie vor. Ich melde mich wegen der Übergabe. Und glaub mir, wir, und damit meine ich das SEK, wir gehen davon aus, dass du längst untergetaucht bist. Und jetzt noch ein Insider-Tipp. Werd das scheiß Handy los. Sonst tracken sie dich noch. Also wir. Also ich. Scheiße. Und dann hab ich da noch ne ganz andere Frage. Was machst du hier? Deinen Arsch retten zum x-ten Mal. Woher weißt du, dass ich hier bin? Steig ein. Woher weißt du, dass ich hier bin? Jetzt hör auf zu schreien, steig ein. Ich erklär dir alles. Herr Gott, steig ein. Hier sind überall Bullen, die du ja siehst. Um hier nochmal kurz einzuhaken. Kennt ihr das? Es gibt so Situationen, wo jede Entscheidung falsch wirkt. Egal, was man macht. Bullen in Hörweite. Und dann steht da eine Fremde, die mich zwar gerettet hat, von der ich aber nichts weiß und die ständig leise telefoniert und mysteriöserweise genau im richtigen Moment auftaucht. Ich hätte also warten können mit erhobenen Händen und darauf vertrauen, dass die mich als gesuchten Pseudo-Terroristen nicht direkt abknallen. Oder... Und warum hast du das nicht gemacht, hä? Ich mein, die knallen dich doch nicht einfach ab. Sei nicht so naiv. Außerdem jetzt sei mal still. Ich nehm das hier auf. Das ist Beweismaterial. Aber wie bist du denn zu dieser Demo gekommen, hä? Ich hab von der gehört, die war doch am anderen Ende der Stadt irgendwo, äh, hier, Ebertplatz, die Ecke. Du warst doch gerade erst raus aus Betaville. Ich hab das damals gesehen im Fernsehen, da hat diese Lisa so eine Rede gehalten. Also da war alles ruhig im Hintergrund. Das war... Ach, du bist einfach zu naiv. Das haben die halt alles rausgeschnitten, um uns das dann so zu verkaufen, als wäre alles okay. Und jetzt halt mal die Klappe. Also weiter im Text. Ich komm also raus aus dieser Hölle und dann steht da Lava. Jetzt red halt. Wieso bist du abgehauen? Ich komm aus der Tanke wieder und steh da wie ne Idiotin. Woher weißt du, wo ich bin? Jesus, mal kurz durchpusten, ja? Ich hör dich sehr gut. Ich erzähl's dir ja. Sagen wir... Sagen wir mal so. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ach, ich wusste es! Scheiße, ich wusste es! Ich reg dich ab! Wurde auch lieber schön zu Hause vor der Glotze, häng im Stock mit einem deutschlandweit gesuchten Terroristen durch die Stadt zu ballern. Mann, Kopf runter! Okay, sind weg. Also... Selger hat mich an den Eiern, wie Leute wie du wahrscheinlich sagen würden. Hey, mir geht das so auf die Nerven. Dass du mich für scheinbar völlig hirnlos hättest. Jetzt check ich auch, warum du mich nie gefragt hast, wieso dieser Bulle uns im Krankenwagen durchgewogen hat. Du wusstest, das war Säge. Du wusstest, der fährt zweigleisig. Na, du bist ja richtig fix. Ich wusste, der lässt uns durch. Was du scheinbar nicht begriffen hast, der fährt nicht zweigleisig, der fährt eingleisig, um diese miese Metapher mal schwerfällig weiterzurollen. Es geht Säge ausschließlich um Säge. Bullentum ist nur Mittel zum Zweck. Der lebt für solche Momente, in denen er seine Macht einsetzen kann. Hey, so beeindruckend deine Psychoanalyse auch ist. Komm endlich zum Punkt. Wieso hat er dich an den Eiern? Was will er von dir? Kennst du so Situationen, wo jede Entscheidung falsch wirkt? Also, egal, was du machst. Oh ja. Eben, dachte ich mir. Ich habe mich nun also entschieden, mich selber weiter im Spiel zu halten. Und das kann ich nur, indem ich dich nach Beterville zurückbringe. Es geht dich wirklich nichts an, was Säge gegen mich einsetzt. Sagen wir es so. Wenn ich dir jetzt nicht helfe, dann sitzen wir morgen in Nachbarzellen. So, das reicht. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für diese emotionale Zeitreise. Ich weiß nämlich jetzt, wo Ivo ist. Der wartet in der Kirche auf uns, ja. Du kriegst dein Geld, du kannst Säge ausbezahlen, die Bullen überzeugen, dass nichts passiert ist und ich bin raus. Und wir alle reiten in den Sonnenuntergang. Also, ich meine, getrennt natürlich. Also, ich meine, ich weiß schon. Hey, Moment mal, mir ein paar Platz, gleich die Birne. Wo war denn Ivo die ganze Zeit, verdammte Scheiße? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt wieder da ist und auf uns wartet. Er hat mich angerufen. Wie sollen wir da reinkommen? Wartet Säge wieder an der Absperrung? Ja, kein Problem, ich habe einen Anwohnerpass. Was? Wurde eigentlich irgendjemand nicht da? Und will gleichzeitig die Mauern drumherum niederreißen? Scheiße drauf. Okay, naja, das klingt fantastisch. Aber bevor ich jetzt wieder unter den Decken verschwende, machen wir einen Zwischenhalt. Fahr mich zur Luxemburger Straße. Mittlerweile hat das ja sowieso jeder mitbekommen. Also, ja, mein Vater ist Staatsanwalt. Letzte Rettung Papi also. Ich konnte ja mittlerweile nicht mehr einfach in seinen Justizpalast rein spazieren, dank der Rasterfahndung. Wahnsinn, dass mein Bild wahrscheinlich auf jedem Handy jedes einzelnen Polizisten in Deutschland per Push-Mitteilung angekommen ist. Plus die ganzen Grenzer, SEKs, Soldaten. Keine Ahnung, wie viele Polizisten gibt es eigentlich mittlerweile in Deutschland? Hab neulich noch gelesen, in den Zweitausendern waren das konstant rund 250.000. Das ist eine lächerliche Zahl, aus heutiger Sicht. Locker das Doppelte, würde ich sagen. Vor allem seit dieser Teilprivatisierung. Allein in und um Betterville stehen ja wahrscheinlich schon rund 500. Und das ist ja nur eines der sogenannten geschlossenen Wohnprojekte. Na, egal. Wo waren wir? Und spazieren, dank der Rasterfahndung. Ach, genau. Ich rufe ihn also an. Und weil ich Lavas Handy benutzt habe, ist er sogar rangegangen. Das Gespräch verlief jetzt nicht gerade euphorisch von seiner Seite aus, aber egal, ich habe es geschafft, ihn auf die Straße zu bewegen. Ich sitze also mit ihm hinten in Lavas Wagen, während sie gerade einen schönen Spaziergang macht. Ey, und es ist eng. Viel zu eng für meinen Vater und mich. Und unsere Knie berühren sich fast, während wir miteinander sprechen. Also so viel Körperkontakt hatte ich mit meinem Vater seit 30 Jahren nicht. Rott, dieses Gespräch hier könnte meine Karriere zerstören. Das ist dir klar. Mir ist vor allem klar, dass es dir ausschließlich darum geht. Du hast drei Minuten, dann rufe ich die Polizei. Du willst deinen eigenen Sohn. Drei Minuten, fünfundvierzig. Na gut, ausgezeichnet, alles klar. Du musst mir helfen. Also Moment, ich formuliere es anders. Ich bitte dich, mir zu helfen. Hilf dir selbst. Stell dich. Und vertraue auf den Rechtsstaat. Ist das das, was du mir rätst? Erst hüllst du diesen Rechtsstaat so weit aus, dass jemand wie ich quasi gar keine Rechte mehr hat, und dann soll ich mich stellen? Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Aber ich vergaß, das trifft auf dich ja schon seit Jahren nicht mehr zu. Erzähl mir jetzt auf keinen Fall irgendwelche Details. Du hast noch eine Minute. Da es dir ja offensichtlich nicht um mich geht, und das ist mir ja seit meinem neunten Lebensjahr immer bewusst gewesen, genau deshalb habe ich ein Angebot, das sich karrieretechnisch für dich lohnen wird. Ich wüsste nicht, was du mir anbieten könntest. Korruption. Auf höchster Ebene. Ist das nicht etwas jenseits deines Horizonts? Also pass auf, was wäre, so rein hypothetisch, wenn Polizisten gleichzeitig als Geldeintreiber für einen gewissen Großhändler illegaler Substanzen arbeiten würden... Und Rico kommt zur Sache. Und bitte verwende nicht mehr diese Fantasie-Juristensprache aus der Vorabendserienwelt. Ist die Scheidung jetzt eigentlich durch? Es reicht jetzt, das war die reinste Zeitverschwendung, ich wusste es. Säge. Was hast du gesagt? Säge. Säge. Um den geht es. Ihr kennt euch, dein Pokeface ist jetzt auch für den Arsch. Ich habe keine Ahnung, warum du ständig von Säge sprichst. Der Mann heißt Sägebrecht. Das weißt du nicht? Der heißt Säge, weil er eine Minisäge mit sich rumschleppt und die auch einsetzt, wenn er seinen Worten Nachdruck verleihen möchte. Das ist selbst für deine Verhältnisse lächerlich, eine Minisäge. Wie soll das überhaupt technisch funktionieren? Ganz einfach. Das war eine rhetorische Frage. Was willst du? Große Wiedervereinigung, also das Ganze. Und als nächstes stehe ich wieder in Betterville in der Kirche. Das ist ein guter Einwand von deinem Vater. Was? Ich zeichne das hier auf. Halt doch mal die Klappe. Was denn für ein Einwand? Naja, das mit der Minisäge von diesem Säge. Das klingt ja alles ganz dramatisch, wie du das erzählt hast am Anfang. Du erst an der Spüle und dann mit der Säge am Hals. Aber wie soll das überhaupt gehen, ne? Ich meine, da rennt mit einer riesen Säge in der Tasche rum, um Leute einzuschüchtern, oder was? Was soll denn das jetzt? So ist das aber gewesen. Naja, komm. Ich meine, wie viel wiegt denn so eine Säge? Selbst wenn sie klein ist, was meinst du? Man, keine Ahnung. Bin ich Wikipedia? Ich will hier einfach nur meine Aussage machen. Und was mischst du dich da überhaupt ein? Was bringt denn dir das? Glaubst du, dadurch kommst du früher raus, oder was? Okay, also, wo war ich? Ach ja, Kirche. So, und wo ist Ivo jetzt? Ja, ich erhole ihn. Warte in der Sack ist Teil. Okay, bis gleich. Ja. Hallo, Herr Segerbrecht. Wir sind jetzt in der Kirche. Es ist alles glatt gelaufen. Also, mein Teil ist jetzt erledigt. Von wegen. Du bleibst bis zu dem Part mit den Handschellen. Und wenn du abhaust, hast du selber welche um. Das weißt du. Zehn Kilogramm. Das wäre kein Eigenbedarf mehr. Ach. Ja, sieh's mal so rum. Wenn Rodrigo weg vom Fenster ist, da bleibst du nicht nur frei, du kannst auch seine kleine Magnische übernehmen. Aber das war's dann auch mit dieser Nummer, ja? Sie werden mir das nicht ewig androhen, oder? Ach, Lava. Ich könnte jetzt sagen, nein. Wir sind quitt. Aber das wäre doch einfach lächerlich. Doch, doch. Das wird weiter über deinem Kopf hängen. Zehn Kilogramm. Lava. Zehn Kilogramm. Haha. Wärst du doch beim Kiffen geblieben. Bei Heroin hört der Spaß auf. Ich bin froh, dass Sie ein Einsehen haben. Warten Sie, ich bereite mich noch eben vor für die Messe. Einsehen ist gut. Ist ja nicht gerade so, als ob ich momentan die Wahl habe. Aber wo ist Ivo denn jetzt? Wer? Scheiße. Na dann, schönen Tag noch. Moment, Sie bleiben hier. Gehen Sie zur Seite, ich bin asozial genug, um einen Geistlichen umzuhauen. Das ist jetzt auch eine gewisse Drucksituation, wenn Sie verstehen, was ich... Kollege, du bleibst hier. Ich habe meine Kirche als neutralen Ort zur Verfügung gestellt. Du wirst dich jetzt stellen. Das ist für alle das Beste. Bestellen, ja? Sag mal, bist du irre? Ah! So, und jetzt warten wir gemeinsam, bis die Polizei kommt. Herr Sägebrecht ist da... Säge, Säge, ja? Du hast mit Säge gesprochen? Wie ich schon sagte, Herr Sägebrecht ist auf dem Weg. Er hat mir versichert, dass hier alles ruhig über die Bühne gehen wird. Jetzt, was glaubst du denn, wie ich mir die hier vom Hals halte? Als ihr hier eure lächerliche Kirchenasylnummer abgezogen habt, war ich noch auf eurer Seite. Damit habe ich einem gesuchten Terroristen geholfen, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Jetzt, was glaubst du, wie schnell ich als Mitverschwörer im Bau sitze? Herr Sägebrecht hat mir das sehr eindringlich nähergebracht. Kann ich mir vorstellen. Aber ich verstehe das. Er hat mit Leuten wie dir zu tun. Also, wenn ich dieses Leute wie du noch einmal höre, ist dir eigentlich klar, dass du dir damit buchstäblich den Teufel ins Haus geholt hast? Rodrigo, leichtes Deja-Vue hier gerade für uns zwei, was? Ich hoffe, du spülst mich schon wieder. Nur Mais fehlt noch. Und nun mach auf. Wohl für die Tür da. In den Keller, aber... Hey, wo wollen Sie denn hin? Ach, scheiße. Fuck, wieso ist denn hier alles zu, Mann? Wo steckt das hier? Klar, Heizungskiller. Wo auch sonst? Wo ist denn jetzt der scheiß Schlüssel? Wieso kann man das Ding hier nicht abschließen? Das scheiß Licht geht auch nicht. Ach, scheiße, grandios. Hey. Ich bin hier in meiner Funktion als SEK-Leiter. Lass uns das jetzt in Ruhe klären. Im Präsidium. Genug jetzt. Also, ich werde den jetzt wohl hier nicht mehr gebraucht. Bleiben Sie doch noch einen Moment. Falls er Beistand brauchen sollte. Letzte Höhlung, oder was? Hier, mit dir ist auf. Rot, hey, das tut mir leid wegen Ivo. Ich wusste, du würdest sonst nicht mitkommen. Ähm, wir kommen jetzt rein, okay? Okay, das ist mit dem Licht. Ähm, Herr Sekebricht, da lasse ich Ihnen doch einfach mal den Vortritt, hm? Keller lichtlos, nicht so meins. Aber nein. Alle rein in die gute Stube. Hey, aber, was denn? Was denn? Herr Sekebricht. So. Und jetzt? Komm raus. Du fuck. Wieso gehen das scheiß Ding nicht an? Wir beschleunigen das jetzt, Rodrigo. Alles das, was jetzt kommt, geht auf deine Kappe. Endlich fügt sich alles zusammen, was? Ich fürchte, dein alter Kumpel Ivo, der kommt nicht mehr. Der wird nirgendwo hin mehr kommen. Aber ich werde ihn morgen im Laufe des Tages finden. Er wird verblutet sein, weil du ihn erschossen hast, weil er dir nicht dein Geld geben wollte. Was? Ich dachte, ertrunken. Ich verstehe nicht. Fuck, was war das? Rodrigo? Das war der Herr Pfarrer. Den hat der Rodrigo gerade niedergeschnallt. Oh Gott, oh Gott. Herr Seke, bist du irre? Hey, okay, Schluss mit dem Wahnsinn. Herr Seke, hier, ich stelle mich, okay? Meine Hände sind oben, ich gebe auf, hörst du? Ich gebe auf. Endlich. Danke, Lava. Hältst du bitte das Feuerzeug mal direkt vor dein Gesicht? Was? Ich möchte, dass Rodrigo jetzt genau aufpasst. Was? Ich... Wieso? Ah! Oh! Oh! Lava? Was? Lava! Oh, Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rod, was hast du gemacht? Rod? Rod? Was hast du nur gemacht? Gute Frage, oder? Was habe ich eigentlich gemacht? Eben habe ich noch gespült und gefühlt, eine Stunde später ist Ivo tot, glaube ich, anscheinend. Lava ist tot. Der Pfarrer liegt mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus? Also, was habe ich eigentlich gemacht? Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Und trotzdem sind zwei Menschen tot. Und ich bin schuld an allem. Sagen alle. Also sagt mein Vater, sagt die Polizei, sagt Säge. Aber das wird nicht funktionieren. Oh nein. Bis zu diesem Endpunkt im Heizungskeller hatte ich überhaupt keine Zeit nachzudenken. Aber jetzt, jetzt habe ich Zeit. Und ich habe verstanden. Ich habe verstanden, dass mir Säge, Herr Sägebricht, das SEK-Chef Sägebricht, mir eine Falle gestellt hat. Er wusste, dass ich meine Schulden an seinem Boss nicht bezahlen konnte. Er wusste, dass ich mich an Ivo wenden würde. Er beobachtet Ivos Haus schon seit Monaten und hat mich da immer wieder gesehen. Ich vermute, er hat Ivo erst das Geld abgezogen. Ja, so muss es gewesen sein. Er hat Ivo das Geld abgezogen, als Schweigegeld. Und dann wollte der zu den Bullen gehen. Also musste Ivo sterben. Und dann hat Säge mir das alles in die Schuhe geschoben. Und dann hat er am Schluss auch noch Lava umgebracht, weil die ja von seinen Verstrickungen wusste. Und mir das auch noch in die Schuhe geschoben. Scheiße, ich sitze hier, wegen Doppelmordes, aber ich habe nichts getan. Ich habe doch... Eben noch gespült und malzgehört. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Mann, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Wir sind alle unschuldig, alle. Aber keiner erzählt so unglaubwürdige Verschwörungsnummern wie du, Mann. Aber bei mir ist das was anderes. Die ganzen Beweise hat Säge doch gefakt und dass sie das ganze Geld dann bei mir zu Hause gefunden haben. Ja, das bedeutet auch nichts, ist klar. Ach komm, lass gut sein, ey. Nein, ich lasse gar nichts gut sein. Ich bin unschuldig. Ich sitze hier, unschuldig. Rodrigo, schnauze jetzt. Bettzeit. Ja, ja. Licht aus. Schlaft schön, meine Häschen. Ich bin unschuldig. Schnauze. Schnauze. Betaville von Heiko Bär Mit Nick Rom als Rott, Anja Herden als Lava, Jürgen Sarkis als Säge, Oliver Elfayumi als Pfarrer, Wolf Anjol als Staatsanwalt. In weiteren Rollen Claudia Mischke, Matthias Kiel, Till Klein, Leonie René Klein, Michael Tsche-Koch, Ines-Marie Westernströer und viele andere. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Nathalie Schaliss